Hallo, ich bin Oliver Erini. Heute geht es um positives Denken und warum ich gar nicht so positiv über positives Denken denke. Obwohl ich ja eigentlich positiv denken sollte, denke ich. So, der Knoten aus meinem Hirn mit dem Positivdenken oder Nicht-Positivdenken oder was das jetzt bedeutet, ist halbwegs gelöst. Und herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Gerade in der Esoterik- und Energetik-Szene, da gibt es ja immer wieder dieses sei positiv, denk nicht negativ, denn sonst siehst du Negatives in dein Leben oder dann wirst du krank oder sonst was. Und das ist ja wirklich schon so ein riesen Glaubenskonstrukt, dass immer positiv, 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 positiv bleiben. Gegenüber von negativ, 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 negativ. So, jetzt sind natürlich, aus meiner Erfahrung heraus, extrem, und ich rede jetzt mit Anführungszeichen, Klammern, negative, traurige, bedrückte Menschen, die immer schlecht drauf sind, wahnsinnig anstrengend. Aber genauso gut, die positiven Menschen, die immer so gut drauf sind und yay und machen wir doch das und tralalala und so herumhüpfen, sind auch anstrengend. Das heißt, du hast den Pol extrem negativ unter Anführungszeichen und extrem positiv unter Anführungszeichen, sind beide irgendwie für mich zumindest anstrengend und nervig, weil das zwei so Extreme sind. Und meine ganze Arbeit, da geht es ja immer nur darum, den Klienten in die Mitte zu bringen. Also wie bringe ich bitte meinen Klienten in die Mitte, bitte in die Mitte. Und dieses Bitte in die Mitte bringen, heißt ja dann auch für mich, keinem extrem nachzugehen. Und wenn ich jetzt so dieses positive Denken drinnen habe, also ich mache immer das Beste draus oder ich sage immer Ja zu allem, dann finde ich das immer sehr, sehr mühsam, weil du musst dir das mal so vorstellen. Wenn du immer Ja zu allem sagst, und das kannst du gleich probieren, also probiere einfach mal Ja. Du sagst jetzt einfach mal immer Ja, 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 dann wirst du merken, du wirst offener, wirst weiter. Während du immer Nein, 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 dann wird es immer enger, weil das schließt das Energiefeld. Also ist jetzt Ja immer gut und Nein immer schlecht oder wie findet man dann eine Mitte? Du kannst dir das auch ganz einfach merken. Stell dir das mal eine Situation vor beim Sex und stell dir vor, wenn du sagst Ja, 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 dann ist das toll. Oder Nein, 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 das wäre dann wahrscheinlich nicht so toll. Also so kann man es sich ein bisschen merken. Okay, also ist jetzt Ja gut, Nein schlecht oder was heißt das jetzt? Das Problem ist, wenn du immer Nett und Ja und alles, also alles aufnimmst in dich, hast du ja keinerlei Grenze und wirst irgendwann einmal total ausbrennen. Weil wenn du zu jedem Ja sagst, Ja, das mache ich da, Ja, das ist da, Ja, das ist da, Ja, das ist da, dann geht einfach deine Energie so drauf und du spürst dich selber gar nicht mehr. Auch wenn du eine sehr nette Person bist, aber du spürst das selber nicht mehr. Und wenn du immer Nein sagst, Nein, 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 dann wirst du dich so abgrenzen und wirst sozial auch Schwierigkeiten bekommen, weil deine Energie einfach nicht mehr im Austausch ist. Also das Positive kommt nicht mehr rein, natürlich das Negative auch nicht, also man ist da ziemlich abgeschottet, aber es ist auch schwierig, da eine Inspiration wieder zu spüren. Okay, also was macht man jetzt? Wo macht Positivdenken Sinn? Und es gibt schon einen Sinn, dass du ein Ja sagst, nämlich dieses eine Ja und dieses wesentliche Ja ist dieses Ja zu dir selber sagen. Das ist wie ein inneres Ja. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du jetzt so in deinen Bauch rein, in deinen Nabelschakra rein, Ja, ja, es ist schön, dass ich am Leben bin. Ja, es ist schön, dass ich da bin. Ja, ich bin geliebt und getragen, zumindest mal von der Erde. Ja, ich bin behütet und beschützt. Ja, es wird mir hier kein Leid geschehen. Ja, ich kann mich hier selber verwirklichen. Dieses Ja ist gut. Dieses Ja ist sicher. Dieses Ja ist deine innere Stärke, dein inneres Fundament. Alles andere, jedes Ja, das nach außen geht, würde verpuffen. Wäre letzten Endes oberflächlich. Das bedeutet also, wie bekommst du dieses Ja zu dir selber, dieses Ja zu dir. Und da stellst du dir das einfach mal wie im Bild vor. Stell dir mal einen Leuchtturm vor, der sein Licht aber jetzt wirklich nach unten und innen richtet. Das heißt, dein Bewusstsein geht von außen, wo das Licht, kennst du diese Leuchttürme mit dem Drehlicht, sich einfach nach unten und innen richtet. Und dahin soll dieses Ja fließen. Und irgendwann soll dieses Ja, dieses Lebensbejahende, so tief in dir drin sitzen, so tief in deinem Unterbewusstsein drinnen sein, verankert sein, dass du gar nicht mehr dran denken musst, sondern dass im Prinzip schon deine Zehenspitzen Ja sagen und zwar Ja zu diesem Leben, Ja zu deiner Energie, Ja zu deinen Ausdrucksmöglichkeiten. Und in dieser Kraft bist du dir selber treu. Und dann ist es auch mal okay, etwas zu verneinen, etwas abzulehnen, weil du eigentlich in der inneren Position das Ja hast. Das heißt, wenn du ein Ja zu dir sagst und sagst, okay, ich brauche jetzt mal eine Auszeit und dann frag dich, hey, vielleicht ein guter Freund, hey, gehen wir auf einen Kaffee, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, treffen wir uns doch mal und du weißt aber, das ist jetzt dieser eine Moment für dich, dann heißt es ja nur, okay, für deinen Freund wird es jetzt passen, der hätte jetzt Lust, das signalisiert er ja. Ja, ich habe jetzt Zeit und Lust und Freude, dass ich mich mit dir treffe. Aber du weißt zuerst schon, weil du ja dein Ja zu dir schon gesagt hast, momentan, ich brauche jetzt eigentlich eine Auszeit, das heißt nicht, dass ich meinen Freund nicht gern habe, aber das heißt jetzt einfach, dass ich jetzt für mich diese Zeit genießen möchte und mir das so eingeteilt habe, das heißt, du kannst dann sagen, nein, das passt mir heute nicht, aber, und jetzt kommt das Coole, du bist ja positiv gestimmt, das heißt, aber ich würde mich sehr freuen, dich bald wieder zu sehen, wie schaut es denn in einer Woche aus zum Beispiel. Das heißt, da kriegst du einen eigenen Dreh rein und dieses Ja ermöglicht dir immer mehr Eigenermächtigung, immer mehr Kontrolle über dein Dasein, weil ja, du hast es vorher gespürt, öffnet dich, aber es soll dich eigentlich in deine Kraft bringen und da ist dein Ja wahnsinnig cool und sehr, sehr hilfreich. Also deshalb bin ich nicht so der Fan von diesem alles zu allem Ja sagen und immer offen sein und Nein ist negativ und schlecht, sondern das Ja muss an der richtigen Stelle sein, aber das Nein sollte auch an der richtigen Stelle sein. Denn umgekehrt, wenn du dein Leben verneinst und ablehnst, passiert Folgendes, du wirst immer enttäuschter und trauriger und enger, weil immer weniger Energie reinfließt in dein Leben. Und energetisch gesehen kannst du dir so vorstellen, das ist wie Plastilin, mit dem du alles formen kannst. Du hast also Knetmasse und da kannst du unendlich viel Sachen formen. Und je offener du bist, umso mehr Knetmasse hast du zur Verfügung und je kleiner diese Öffnung ist für Lebensenergie, umso weniger Knetmasse hast du zur Verfügung und dann womöglich noch in den falschen Farben oder sie ist ausgetrocknet oder sonst irgendwas ist nicht in Ordnung mit der Knetmasse. Das heißt, dieses Ja ist super und ich habe auch dieses Ja in mir, aber dieses Ja ist eben wirklich in mir drinnen und das sollte auch in dir drinnen sein. Und dann kannst du nach außen hin klarer wirken, wirkst überzeugender und wirkst vor allem auch wirklich positiver, weil du hier dem Leben gegenüber positiv eingestellt bist. Aber da ist dein Hintern positiv, deine Erdung, deine Füße sind positiv, nicht deine Rübe. Also lass ein Ja zu deinem Leben, ein Ja zu der Lebensenergie nie oberflächlich sein. Setz sie an den Punkt, wo sie wirken kann und dann wirst du merken, dass diese unendliche Kraft wirklich durch dich fließt und dass du wesentlich zufriedener wirst, wesentlich gestützter bist und viel, viel mehr Kraft in dir hast. Und das alles beginnt mit einem Ja, mit einem Positivsein. Fürchte dich nicht vor dem Nein. Sei manchmal sauer, sei manchmal grantig, schimpf manchmal herum. Aber unter dieser ganzen Patina von Wut und Ärger sollte eigentlich dieses Ja sein, diese Freude sein, dieses Lebensbejahende. Und dann wirst du das auch nach außen ausstrahlen und es wird sich wirklich ganz anders fügen. Deine sozialen Kontakte werden sich verändern, dein Leben wird sich anders gestalten, dein Energiehaushalt wird ganz anders fließen. Also du wirst merken, da gibt es dann unendliche Möglichkeiten. Und deshalb bin ich ein Fan vom Ja, aber nicht vom Positivdenken, sondern vom Positivsein. In diesem Sinne wünsche ich dir ein Ja zu deinem Leben, ein Ja zu deinem Dasein, ein Ja zu diesem unendlichen Geschenk, das du in dir trägst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute. Ja, natürlich. Ohne Schwein. Tschüss, baba. Tschüss, baba. Bis zum nächsten Mal.